Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Islam Dullatov und sein Gegner hatten das erste und auch finale Face-Off vor Dana White's Contender Series, welche morgen Nacht übertragen wird, wo ihr natürlich auch direkt von mir eine Reaktion bekommt. Das ist wirklich geisteskrank, dass Islam es tatsächlich zu Dana White's Contender Series geschafft hat. Jetzt natürlich unter der Fittische von Ali Abdelaziz, der Manager, der sehr, sehr viele Champions in der UFC rausgebracht hat. Islam hat einen Pro-Rekord von 10 zu 1 und ist seit ewiger Zeit schon ungeschlagen, Freunde. Sein Gegner hatte sich in kurzer Zeit auch geändert. Vor kurzem hätte Islam schon mal bei Dana White's Contender Series gekämpft. Jetzt ist es Vanilto Antunes, den man, den ihr auch hier auf dem Face-Off sieht. Ich finde, in echt sieht der auch nochmal ein bisschen härter aus, als auf den Bildern, die man von ihm gesehen hat, auf den Videos, die man von ihm gesehen hat. Dieser Mann, gegen den Islam kämpfen muss, ist auf einer Dreikampf-Siegesserie aus seinen letzten Fights und hat hier auf jeden Fall in den letzten Kämpfen ganz klar und deutlich per Ground and Pound gewonnen. Davor Dr. Stoppage, also der Typ ist auch ein K.O.-Monster, ist hier aber auch ganz klar und deutlich schlagbar. Ich denke, Islam Dulatov hat alle möglichen Tools, alles im Repertoire, was es braucht, um diesen Mann zu schlagen. Der Mann hat zwar schon 22 Kämpfe auf dem Buckel, steht 16 zu 6, ist älter mit 29, aber ich glaube, Islam ist einfach jünger, ist hungriger, ist stärker. Man hat es gesehen, physisch sieht mir Islam auch viel brachialer aus als der Mann. Und ich denke einfach, durch das klasse Boxen, was Islam Dulatov mittlerweile besitzt, durch seine sehr, sehr starken Hände, durch sein crispest Striking, durch seine langen Hände, die er feuern kann, durch seine gute Take-Down-Defense und gute Submission-Defense, sollte es hier auf jeden Fall machbar sein. Wie gesagt, der Mann hat auch seinen Stil im Muay Thai, ist sicher aufgrund dessen, weil er Brasilianer ist, auch gut am Boden. Aber ich glaube, Islam hat Top-Leute, mit denen er sich vorbereitet hat. War jetzt auch lange im UFC-Performance-Institut, bei Extreme Couture, wo auch Ibo Aslan trainiert, Sean Strickland und viele mehr. Also er hat wirklich optimale Trainingspartner auch zum Ende seiner Vorbereitung gehabt und ich denke, dass hier alles auf jeden Fall machbar ist. Islam wird morgen ungefähr deutsche Zeit Richtung 2 Uhr nachts kämpfen. Wo könnt ihr es gucken? Bei ESPN Plus. Können wir die Dana White's Contented Series schauen? Schaut auf jeden Fall auch direkt danach bei mir auf dem Kanal vorbei. Da gibt es eben die direkte Reaktion. Viel, viel Glück an Islam. Ich drücke die Daumen, lasse ein Like und ein Abo, damit euch die Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.